gut, freundschaft plus will mehr marsch los hallo zusammen es geht um eine freundschaft plus, welche ich weiblich 29 mit männlich 37 seit einem Jahr führe ja ja okay, ich lass ihn erstmal weiter ausführen ich will wissen, ob er vielleicht schon Kinder hat oder ob es überhaupt gar nicht in die Richtung gehen soll zu Beginn war klar, dass aus uns nichts werden kann da er keine Kinder möchte und dies für mich ein Ausschlusskriterium für eine zukünftige ernstere Beziehung wäre ja, da hast du es, also du hast dir deine Antwort selbst gegeben, oder? heiraten gemeinsam, Leben, Zukunft plan nun kurz zum Beginn der Beziehung zu ihm wir beide waren zu dem Zeitpunkt ziemlich einsam, insbesondere er hat keine Freunde und kaum Kontakt zur Familie das ist auf jeden Fall keine rote Flagge wenn jemand keine Freunde hat und kaum Kontakt zu seiner Familie das eine kann Schicksalsschlag sein das andere lässt auf eine geringe Sozialkompetenz schließen das tut mir ja leid aber wenn du gar keine Freunde hast, Digga was machst du den ganzen Tag? Ja, an welchen Punkt? YouTube-Videos oder was? Wo ist der Punkt gekommen? Wo ist der Punkt gekommen, wo es dann weird wird? Ja, also da ist es doch schon komisch Ey, yo wollen wir uns einfach zu unvernehmlichen uneinvernehmlichen Geschlechtsverkehr treffen und übrigens, ich habe keine Freunde Wir haben uns getroffen und es kam zu mehr Er hatte damals gesagt man könnte es so weiterführen bis dann beide die richtige Person gefunden haben Ja Nicht, dass der Stift am Ende nicht mehr malt wenn man dann einen richtigen Partner hat wäre ja traurig Seitdem haben wir Nicht, dass der Kuli eintrocknet Seitdem haben wir uns einmal im Monat getroffen Ich habe dann nach und nach gemerkt dass er eine schwierige Art hat Hätte man vielleicht daraus schließen können dass er auch keine Freunde hat Im Nachhinein hat sich auch herausgestellt dass er autistische Züge hat Na gut, wer hat die nicht? Wer hat die nicht? Ich Ich bin so unautistisch wie es nur sein kann Da ich leider auch dazu neige People Pleaser mäßig vieles einfach hinzunehmen Haben die Treffen bisher immer harmonisch geklappt obwohl es oft Anlässe oder Situationen gab wo ich mich schlecht behandelt gefühlt habe Was sich für ihn wahrscheinlich aufgrund seines Autismus Kommt drauf an, welcher Autismus wahrscheinlich noch nicht mal so angefühlt hat Der wird halt ruppig mit dir umgehen und wird nicht verstehen dass du das nicht gut findest Ein toller Partner für eine langfristige Beziehung Ähm Es geht weiter Er stellt sich nun mehr vor und plant schon gefühlt seine Zukunft danach Dies zu erfahren hat mich ziemlich unter Druck gesetzt Ich habe ein schlechtes Gewissen weil ich nicht weiß wie ich ihm klar machen soll dass ich mir nicht mehr als eine F-Plus vorstellen kann In einer Freundschaft kann ich zwar einiges tolerieren Das ist ja auch keine Freundschaft, die ihr habt Das ist ja Das ist ja Also Das ist mein Meine Travel-B*** kommt heute zu Besuch Wie jeden Monat Und dann fährt sie wieder nach Hause Also das ist eure Freundschaft Ähm Boosty Ja Wolltest du was sagen? Ja, ich verstehe immer nicht, wie man in solche Beziehungsmodelle reingleiten kann, also wie es überhaupt zu so einem Blödsinn kommt. Und dann denke ich mir, was ihr habt, ist eine richtig komische, verkorkste Beziehung eigentlich. Also ihr habt im Prinzip eine Fernbeziehung. Er hat ja sonst keine andere Kontaktperson in seinem Umfeld. Das heißt, er hat ja dann, ist das für ihn im Prinzip sowas wie eine Fernbeziehung? Ja, ja. In einer Freundschaft kann ich zwar einiges tolerieren, da hier nicht mein gesamtes Leben davon beeinflusst ist, aber in einer Partnerschaft würde ich dann einfach nur noch untergehen. Übrigens sagen deine Freunde auch sehr viel über dich aus. Und zudem ist da, wie zu Beginn erwähnt, immer noch das Thema Kinderzukunftsplanung. Es stellte sich so vor, dass jeder unabhängig sein Leben lebt, aber man in einer verbindlichen Beziehung ist. Das wäre für mich keine erfüllende Partnerschaft. Hey, dann lass es doch! Ja, also da gibt es nur zwei Worte, die man sagen kann. Nachschluss! Also beendet er den ganzen Scheiß. Also du machst dich hier ja irgendwie emotional trotzdem von ihm abhängig, weil du denkst dann irgendwie, ja, du bist mit ihm, wenn es doch nur irgendwie so eine F-Plus ist oder sowas. Lass den Blödsinn und fokussier dich auf dich selbst und auf die Partnersuche für deinen geeigneten Partner. Ja, definitiv. Also was soll denn das? Warum willst du denn da Energie und Zeit rein investieren? Was willst du? Du bist 29 und redest mir hier ein von Kindern und sowas und dümpelst da rum mit irgend so einem, der keine Freunde und keine Familie hat, beziehungsweise keinen Bock auf die ganzen Leute hat. Ja, und irgendwann kommst du halt in das Alter der Risikoschwangerschaft, ne? Also nicht, dass das mit 29 der Fall ist, aber so 34, glaube ich, da wird es schon kritischer. Ja. Oh, hast du gesehen, Karolin Kebekus ist mit 43 jetzt schwanger? Dann wünsche ich viel Erfolg, Alter. Also die Wahrscheinlichkeit für Komplikationen wird höher. Oh, 44, schreiben die Leute im Chat. Ja, keine Ahnung, vielleicht ist er jetzt 44 geworden. Ja. Also ich habe da immer ein Zitat von Farid Bang im Kopf. Ja, ich möchte meinen Freundschaft-Plus-Sermon jetzt nicht nochmal ab, sondern ihr alle kennt es, aber das sagt halt auch viel über den Respekt, den du vor dir hast aus, ne? Und vor ihm, dass du ihn, der wird wahrscheinlich diese Gefühle relativ lange haben, ja? Der wurde halt immer wieder von dir ausgenutzt, ne? Und wahrscheinlich ist der Drive für ihn jetzt nicht das Sexuelle, sondern dass er dich halt mag, ne? Bei dir wahrscheinlich auch zu einem gewissen Grad. Ja, lass es. Lass es! Ja, es führt halt so nichts, ne? Oh ja, hier ist auch gut. Ähm, ist der Letzte. Meine Frau will keinen *** mehr. Bietet mir aber eine offene Ehe an! Ach, wenn das so ist, Schatzi, ja, dann ist das in Ordnung, ja. Tolle Idee. Würde ich machen, ist wahrscheinlich die einzige Lösung, mit dieser Person noch zusammen zu bleiben. Ähm, Alter, dieser Mann tut mir leid. Es ist vollkommen klar, wer hier mehr Action hat, ja? Sie, sie bietet dir eine offene Ehe an. Ey, yo, yo, ich finde dich nicht mehr sexuell attraktiv. Wie wäre es denn, wenn wir einfach mit Leuten ***en dürfen, wie wir wollen? Ja, ist nicht schön. Wie fühlst du dich da als Mann, hä? Wie sieht es in dir aus? Ich, männlich 35 und meine Frau, weiblich 36, sind seit knapp sechs Jahren verheiratet. Seit der Geburt unseres Kindes. Ein Kind! Es ist ein Kind im Spiel! Es ist wirklich genau das Gleiche, was ich in Just Like That, also das Follow-up von Sex in the City gesehen habe. Alter Verwalter. Es ist unglaublich. Ähm, also das ist so verantwortungslos. Stell dir jetzt mal vor, deine Frau, wir hatten ja vorhin einen Fall von Freundschaft Plus und dann will einer mehr. Stell dir mal vor, deine Frau, äh, trifft vielleicht öfter mal denselben, ja? Und dann funkt es. Und dann ist die weg. Viel Spaß mit dem Kind, äh, was sie dir vielleicht auch wegnimmt. Also, Bruder. Ähm, wir lieben uns zwar noch immer, ja, sicherlich, ihr liebt euch so sehr, dass deine Frau einfach mit anderen Leuten, ja, okay. Ähm, streiten aber häufiger als früher. Es gibt es eigentlich keinen mehr. In den letzten vier Jahren kam es noch zweimal dazu, was sehr schade ist, da ich meine Frau immer noch sehr attraktiv finde. Ich frage mich jetzt einfach mal, ohne jetzt hier irgendwie, äh, judgen zu wollen, ob die wohl schon fremdgegangen ist. Und, und dann einfach, äh, dementsprechend jetzt die, die offene Ehe so anspricht als, als Legitimation. Auch rückwirkend. Ja, ja, also, wenn, wenn das jetzt seit vier Jahren schon so geht. Das Ding ist halt, sie macht damit ja sowieso schon dir gegenüber offenbar, die hat halt Lust mit anderen Männern zu verkehren. Ja. Und entweder du, also, äh, es, also, für uns gibt es hier ja eh einen Weg, ja? Äh, äh, mach Schluss, ne? Also, weil alles andere ist halt, ähm, entweder du sagst, ist cool, dann geht sie einfach fremd. Oder du sagst, es ist nicht cool und sie geht fremd. Und verlässlich. Und verlässlich, ja. In den letzten vier Jahren hatten die nur zweimal Geschlechtsverkehr. Ich meine, das ist ja normal, dass es abnimmt in einer Beziehung, aber das ist ja auch wichtig für die Gesundheit einer Beziehung. Ja, ob es da am Stress liegt, ob es da, weiß ich nicht, ob es denen langweilig geworden ist, ob die vielleicht mal in ein Hotelzimmer müssen oder so, um das ein bisschen aufleben zu lassen. Äh, das scheint einfach totgelaufen zu sein. Ähm, bin aber nicht der Typ, der seine Frau dazu drängt und sie es über sich dann ergehen lässt. Ja, vielleicht will sie genau das. Also, nicht im Sinne von drängen, aber die möchte vielleicht ein bisschen erobert werden, ne? Das kann ja auch Teil des sexuellen Vorspiels sein. Richtig. Kommunikation und Lust. Zwei der fünf Aspekte. Ja. Und sexuelle Selbstbestimmung. Ähm, und sie es über sich dann ergehen lässt, dann lieber kein Sex... Ja, das ist halt das Ding. Hast du denn mal versucht, in einer dominanten Art und Weise, ne? Das heißt ja nicht, dass man jetzt hier irgendjemanden missbraucht, ne? Es gibt ja einen Grad zwischen, ich zwinge jemanden und ich trete jetzt hier dominant auf als der, der begehrt, weil Frauen wollen begehrt werden. Ähm, naja, gestern haben wir seit langem mal wieder richtig geredet und dabei kam dann heraus, dass sie keine Lust mehr darauf hat. Also einfach überhaupt kein Bedürfnis mehr dafür. Ja, nur für dich nicht, ja? Ja. Sie versicherte mir auch, dass es nicht an mir liegt. Wie dreist sich Leute anlügen, ne? Es liegt nicht an ihm, deswegen will sie mit jedem anderen können. Aber es liegt nicht an ihm. Es liegt nur daran, dass er nicht jemand anderes ist. Ja. Ähm, also einfach überhaupt kein Bedürfnis mehr dafür. Ähm, es liegt nicht an dir. Sie weiß, dass sie mir die Nähe, die ich wirklich vermisse, nicht geben kann. Es tut ihr auch wirklich leid. Da muss ich jetzt an South Park denken, wo dieser Manager diesem afrikanischen Kind den Kopf streichelt. Es tut uns leid. Sehen Sie, wie ich dieses Kind streiche. Dann liegt er nackt vorm Kamin. Es tut uns leid. Ja, genau. Es tut uns leid. Es tut ihr auch wirklich leid, dass ich jetzt eigentlich grundlos leer ausgehe. Sie meinte, für sie wäre es okay, wenn ich mir Sex woanders holen würde und bot mir dann eine offene Ehe an. Ah ja, ja, und so framet man das dann. Es ist eigentlich nur, sie will nur das Beste für dich, ja? Ja, aber was hat sie jetzt für Intention? Er will aber mit dir! Entschuldigung. Ja, ich meine, was hat sie jetzt für Intention? Hat sie einfach generell keinen Bock mehr? Hat sich bei ihr so eine Art Asexualität entwickelt und sie sagt dann, ja, aber du kannst dann gerne mit anderen? Oder basiert das jetzt darauf, dass sie mit anderen möchte? Weißt du, was ich meine? Ja, ja, ich glaube, sie framet das nur so, dass es so wirkt, als würde sie ihm einen Gefallen tun. Aber in Wirklichkeit will sie halt mit anderen. Weil es gilt dann ja für beide, ja? Die ist ja jetzt nicht asexuell geworden. Das lese ich hier nicht raus. Also, die verkauft dir, also das ist ein guter Verkäufer, ja? Ein guter Verkäufer macht dir klar, dass das jetzt gut für dich ist, ja? Der hat selbst gar keinen Vorteil. Und die sind verheiratet und haben ein Kind. Kannst du dir mal klar machen, wie verantwortungslos das von ihr ist? Sie hat mich jetzt seit über einem Jahr, Moment nochmal, Entschuldigung. Sie hat sich jetzt seit über einem Jahr Gedanken darüber gemacht und ist sich auch wirklich sicher, dass das für uns besser wäre. Ah, sie ist sich sicher, ja, ja. Das Ding ist halt, du liebst sie und es würde dich zerstören, wenn jemand anderes mit ihr verkehrt. Und du willst auch nicht mit jemand anderen verkehren, weil du bist halt mit ihr verheiratet und liebst deine Frau. Da gibt es ja einen natürlichen Drang, das nicht zu tun. Äh, solange es in einem gewissen Rahmen abläuft, keine Bekannten, Moment nochmal, was? Dass es für uns besser wäre, das ist ihre Meinung, solange es in einem gewissen Rahmen abläuft, keine Bekannten, es wird nicht an die große Glocke gehängt. Auch wenn Gefühle ins Spiel kommen, wird es beendet. Also ausschließlich. Ja, ist klar, ist klar, ist klar. Warum solltest du denn, ich meine, wenn sich Gefühle entwickeln, dann hast du positive Emotionen. Warum willst du die denn dann beenden, weißt du, was ich meine? Dann, und zurück zu deinen negativen Emotionen gehen. Nein, das würde ja auch voraussetzen, dass man mal ehrlich zu sich selbst ist. Ihr könnt ja noch nicht mal ein ehrliches Gespräch darüber führen, woran es liegt, dass das nicht mehr so läuft bei euch im Bett. Ja, das Einzige, was rauskommt, ist, er ist halt besser für unsere Beziehung. Warum? Was daran verbessert eure Beziehung? Also was? Achso, der Jamie sagt, also ich hoffe ironisch, er liest absolut nicht daraus, dass sie es außerhalb der Ehe möchte. Nee, nee, möchte sie auch nicht. Sie wird ja immer noch in einer Ehe sein. Ähm, Digga. Ich war anfangs echt erschrocken, da ich mit sowas nie im Leben von ihr gerechnet habe. Fand es aber eigentlich echt klasse, dass sie sich da so offen damit befasst. Oh Gott, Alter. Der ewige Kuss. Er baut hier die ganze Zeit auf und man hat wirklich mit ihm Mitleid. Und jetzt, Alter, er hat die ganze Zeit schon sein Superheldenkostüm angezogen, hat schon die Schranktür aufgemacht. Und dann sagt er so, eigentlich finde ich es super. Und dann macht er die Tür zu und guckt so durch die Lamellen so durch. Ja, ja, du hörst eigentlich die ganze Zeit die Stimme im Raum und du denkst, das ist irgendwie ein Telefonat, was du gerade hörst. Aber dann fällt dir auf, da schauen dich zwei Augen aus dem Schrank an. Ja, das ist er jetzt gerade. Jetzt hat er mich enttäuscht. Finde ich so super, finde ich so super. Oh, das finde ich super, dass sie sich so offen damit befasst, wie... Für mich ist das jetzt kein Freifahrtschein. Hab mir da auch jetzt noch keine konkreten Gedanken drüber gemacht, ob ich das auch wirklich machen werde. Fühlt sich trotzdem irgendwie befremdlich an, da das für mich eigentlich nie zur Debatte stand. Also es fühlt sich befremdlich an, aber du freust dich darüber, dass sie sich offen damit befasst. Ja, 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 okay. Digga, find doch deine Eier wieder, Mann. Man muss unbedingt aufhören, damit diese komischen neumodischen Konzepte immer in den Himmel zu loben und sagen, oh, ich freue mich, dass sie so offen ist. Digga, Alter, es gibt einfach Sachen, die sind bescheuert. Und da muss man nicht irgendwie so tun, dass man sich darüber freut, dass der andere jetzt den Mut gefunden hat, diese Sachen zu tun. Nein, das ist einfach bescheuert, Alter. Das ist halt, es ist ja verständlich, wenn manche Paare irgendwie, wenn die Beziehung länger geht, dann haben die nur einmal im Monat oder alle zwei Wochen oder so. Aber zweimal in vier Jahren, das ist kein gesunder Grad. Ja, also wenn es einen gesunden Grad an Geschlechtsverkehr in einer Beziehung gibt, dann liegt der da drüber. Ja, also in dem Moment habe ich meinen Respekt vor diesem Mann leider verloren. Man wird ihn halt die ganze Zeit da rein gegasleitet haben, dass man da so gut wie keine Standards haben darf. Und er muss sich freuen, er hat ja gar keine andere Wahl. Findest du das nicht toll, dass ich so offen zu dir rede? Es ist auch wirklich alles reguliert und guck mal, ich gebe dir wirklich alle Freiräume. Oh ja, das klingt ja alles super. Hier, ich habe dir schon mal dein Superheldenkostüm besorgt. Zieh das mal bitte an. Geh mal bitte in den Schrank, kommt jetzt gleich vorbei. Aber du darfst immer noch mit mir Netflix schauen am Ende des Tages. Ja, also viele dieser Fälle hier bei Reddit lassen sich mit Bauernschleue beantworten a la Oliver Kahn. Eier, wir brauchen Eier. Es ist ja so, Mann. Und vielleicht ist es das, was ihr bei dir fehlt. Vielleicht ist es auch das. Also erörtert doch mal den Grund, warum es nicht mehr so läuft wie vor der Ehe oder so. Ich wünschte, das würde jetzt passieren und er soll dann einfach nochmal einen Erfahrungsbericht in den Chat. Schreiben, wie sehr es ihn gebrochen hat. Also in den Chat, in die Reddit-Kommentare. Hallo, ich melde mich nach einem Jahr nochmal und es hat mich zerstört. Okay, okay, jetzt lese ich Kritik, dass ich das nicht raffen würde, dass sie das ja nur aus Nächstenliebe ihm anbietet. Wo kommt denn die Kritik? Die stand gerade im Chat, also im Endeffekt wird hier gesagt, ich raffe nicht, dass sie ihm das anbietet. Genau, sie will das nämlich gar nicht nutzen. Also es gibt ja diese Redewendung, dass man immer das Gute in Menschen sehen soll. Ich bin der Meinung, das funktioniert auch in die andere Richtung und ist auch wertvoll. Man muss auch immer das Schlechte in den Menschen sehen. Was könnte denn, die gute Motivation könnte sagen, das macht sie nur aus Nächstenliebe. Ja, ja, aber die andere Definition ist, vielleicht ist da ein bisschen Eigennutz drin. Also, glaubst du das jetzt wirklich, Mann, der das jetzt im Chat geschrieben hat? Ich habe den Namen nicht gesehen. Also, glaubst du das wirklich, dass sie da nicht irgendwie, okay. Junge, er schob ich gerade so ein Jahr später die Rückmeldung. Hallo, ich melde mich, es sind jetzt zwei mal in fünf Jahren. Oh, damn. Es könnte auch sein, dass sie eine Affäre hat, also das wissen wir nicht. Aber ich, naja, er ist halt der Typ vom Mann, der halt betrogen wird. Das tut mir leid. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ich meine, allein dieser Satz, dass er sich darüber freut, dass sie sich offen damit befasst, dass er eine andere, der will die, der will die, das ist seine Frau. Das ist ja, ich will Cola und nicht, weiß ich nicht, Freeway aus dem Lidl. Ach, nee, die gefällt mir gar nicht, bin ich ehrlich. Das, was den Geschlechtsverkehr mit ihr ja so toll macht für ihn, ist ja, dass er sie liebt. Also, nach dem Gespräch ging es mir echt gut, da ich jetzt endlich weiß, was eigentlich los ist und dass es nicht an mir liegt. Ich bitte, ja, das sagt sie doch nur zu dir, Mann. Also, entweder kam da noch so viel mehr, was er uns hier einfach nicht sagt oder er kann einfach Gedanken. Dass sie sagt oder dir versucht klarzumachen durch andere Worte, dass es nicht an dir liegt, ist von ihr. Erstens, dass sie nicht die Eier hat, dir das ehrlich zu sagen und zweitens, dass sie dich nicht verletzen möchte damit. Du bist halt einfach zu nett in der Hinsicht. Ich bin mir wirklich nur unschlüssig, ob ich diesen Schritt wirklich gehen soll. Falls sie irgendwann doch wieder Lust bekommt, bin ich dann der, der mit anderen geschlafen hat. Und vielleicht führt das dann in Zukunft zu ganz anderen Problemen. Andererseits, oh Mann, oh Mann. Andererseits denke ich, ich wäre eventuell auch entspannter, wenn ich gelegentlich mal wieder körperliche Nähe hätte. Du hast noch nicht mal körperliche Nähe zu ihr? Also, entweder hat er sich verschrieben oder die berührt ihn noch nicht mal. Was ist denn das für eine Beziehung, Alter? Schlafen die überhaupt zusammen in einem Bett? Also, ich meine, dann ist das eine ja nicht mehr weit von dem anderen, aber ... Jetzt schreibt jemand, der Eigennutz ist, dass er befriedigt ist und sie ihn nicht mehr zurückweisen muss. Das ist für beide nicht schön. Frauen verlieren irgendwann die Lust. Hä? Ja, aber da muss man ja was gegen machen. Fragisieren. Die ist 34, Alter. Frauen mit 34 verlieren nicht die Lust. Wir sind noch nicht irgendwie in den Wechseljahren. Entschuldigung, was? Ich sag's, wir sind noch nicht in den Wechseljahren. Nein, 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 eben. Also, äh, ich, äh, ja. Also, mit körperlicher Nähe meint er wahrscheinlich den Akt. Das Ding ist halt, er fühlt sich ja von ihr abgewiesen. Er will ja sie. Das ist so, als würdest du als Kind irgendwie, äh, irgendwie an der Kasse dann gegenüber deiner Mutter sagen, ich will, ich will, äh, hier weiß ich nicht, Weakless Extra Kaugummi. Kauf mir Weakless Extra Kaugummi. Und dann sagt sie, we have Weakless Extra at home. Und dann gibt sie dir zu Hause die Zahnbürste in die Hand, weißt du? Also, na gut. Ja, nach einer Geburt läuft erstmal gar nichts mehr. Ja, die Geburt ist aber, das Kind ist vier, vier Jahre her. Was heißt denn erstmal? Ähm, ich, wie gesagt, ich hab da jetzt keine Kenntnis drüber, wie lange das dann dauern sollte. Aber, das kann man halt auch durchstehen, ne? Ähm, wie seht ihr das? Ich bin momentan etwas damit überfordert. Kann sowas funktionieren? Gibt es etwas, auf das man unbedingt achten muss, wenn man eventuell, wenn man es eventuell doch macht? Oder ruiniere ich mir somit nur noch alles? PS. Wir kommen ansonsten sehr gut miteinander klar. Wir machen trotzdem noch viel miteinander. Ihr seid verheiratet! Also... Oh ja, wir sind... Ich mache trotzdem noch relativ viel mit meiner Ehefrau! So was? Ich meine, entweder ist der Typ brutals naiv, dass er hier im Prinzip gerade diesen Riesentext geschrieben hat, darüber, dass seine Frau unbedingt eine offene Ehe möchte für ihn. Und da steckt nichts hinter anscheinend. Er kommt ja nicht mal auf die These dementsprechend, dass seine Frau jetzt irgendwie eine Asexualität entwickelt hat und einfach keinen Bock mehr hat, sondern mit ihm noch glücklich zusammen sein möchte. Es kann ja auch der Fall sein, ja? Und sie sagt, ja, aber pass auf, ich habe mich jetzt einfach so dahingehend entwickelt, dass ich dir das einfach nicht mehr geben kann oder sowas. Ähm, okay. Ähm, aber das kommt mir irgendwie fishy vor. Also, ich meine, das kommt so aus dem Nichts so, ja, lass mal offene Ehe machen. Ich meine, da läuft ja eh nichts mehr. Und er nimmt das einfach so komplett kackend an und sagt dann so, ja, ich finde es toll, dass sie so offen war. Also, hier fehlt mir ganz klar seine Vermutung, in welche Richtung es geht. Weil ich kann das jetzt schlecht sagen. Er kennt seine Frau. Er ist mit der verheiratet. Er lebt den ganzen Tag mit ihr. Die muss doch irgendwelche Andeutungen in irgendeine Richtung gemacht haben. Das Ding ist halt auch, dass sexuelles, also nicht sexuell interessiert zu sein an dem Partner, das kann ja viele Gründe haben. Einer der Gründe kann auch sein, dass sie halt schon was mit einem anderen hat. Also, das verursacht das auch. Er hat ja nicht mal irgendwie so eine Vermutung geäußert wie, ja, außerdem, sie verhält sich komisch oder legt ihr Handy immer weg, wenn ich komme und dreht es um oder sowas. Nicht mal irgendwie sowas. Und das sind ja irgendwie so Anzeichen in diese Richtung. Ja, ja. Ne, 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 die sind nicht in den Wechseljahren hier. Die sind 35 und 34. Also, soweit ich weiß, sind die Damen in dem Alter immer noch sehr aktiv. Und er ist in seiner Prime. Er ist in seiner Prime. Ja, Mann. Er ist 35. Also, wahrscheinlich auch Karriere-Prime. Ähm, boah, äh, ja, ihr müsst darüber reden, woran es liegt. Also, der Punkt, wo hier darauf eingegangen wird, der ist abgehandelt, glaube ich, mit einem Satz. Es tut ihr leid, äh, Gedanken gemacht, äh, Gefühle kommen übrigens ins Spiel, wenn du einfach, äh, mein lieber Freund, ähm, dazu drängt. Und das Ding ist halt, was heißt drängen, ne? Was heißt drängen? Ähm, ein, ein Auftreten, was klar macht, dass du sie wirklich begehrst, ist etwas anderes, als sie dazu zu drängen. Ne, es sind ja ein paar mehr Sachen möglich gegenüber, äh, einer, einer Freundin oder Frau als gegenüber irgendeiner Person, die man gerade kennengelernt hat, ja? Also, wenn du da deiner Frau beim, beim Abwasch mal in den, äh, Hintern kneifst und, äh, ihr irgendwas ins Ohr flüsterst, äh, dann wird das, äh, eine Reaktion nach sich ziehen. Und wenn sie dir dann darauf eine reinhaut, okay, Alter, dann tut's mir wirklich leid für dich. Ähm, sie macht die Barbie, Alter. Er kommt von hinten an, sie tritt sie um Batsch, Alter. Ja, ja, äh, nach dem Gespräch, hab mir da auch noch nie konkrete Gedanken. Wo stand denn das? Äh, es liegt nicht an dir. Genau. Ich bin mir wirklich unschlüssig, bla, bla, bla. Aber, also, mehr lesen wir nicht. Wir lesen nur, dass eine Frau, das sagt, was Frauen sehr oft sagen, wenn es an dir liegt. Nämlich, dass es nicht an dir liegt. Also, bevor ich, bevor ich da jetzt fremd f***e, entweder eine Paartherapie, ja? Oder halt mal mit ihr darüber reden, woran es denn liegt. Unbedingt. Weil, liegt nicht an dir, ist keine Antwort auf, woran es denn liegt. Unbedingt, Alter. Warum funktioniert denn diese Maschine nicht? Naja, es liegt nicht an dir. Warum denn? Mann, oh Mann. Okay, also, ähm, ja. Er redet und ich glaube, du hast jetzt genug Input bekommen, falls du das hier siehst. Und ich gehe mal davon aus, dass er es hier sieht, ja. Wir haben ja einen Zuschauer, der denen das zuschickt. Ach, so ist das. Ja, ja, ich erinnere mich daran, ich weiß nicht, war das Karma? Ich weiß nicht, ob er das war. Da habe ich tatsächlich, ähm, vor ein paar Folgen, äh, noch eine Statistik präsentieren können. Da, äh, hat er nämlich den Leuten, äh, äh, unsere Videoclips, äh, zurückgeschickt. Er hat die Accounts gefunden, denen die Clips geschickt mit den Ratschlägen von uns und, äh, hat dann, äh, dementsprechend, äh, eingeholt, wie denn das Feedback ist. Also, die meisten haben gar nicht geantwortet, aber wenn etwas kam, war es eher positiv. Aber das ist eine ganz kleine, ganz kleine Probe, also. Ja, ja, aber, ey, schön, schöne Sache. Ja, also, er hat jetzt genug Input bekommen, was er machen könnte, in welche Richtung er erstmal seinen Auftritt verändern könnte. Wie du sagtest, einfach mal ein bisschen Dominanz zeigen. Und wenn das immer noch abgewiesen wird, dann musst du halt das Gespräch suchen und sagen, ey, pass mal auf, was ist denn los? Ich hab keinen Bock, irgendwie in eine offene Ehe zu gehen oder sowas. Ich will dich und nicht irgendwie, hey, oh, hey, Dödelnuss, 87 oder sowas. Ja, das Ding ist halt, ähm, also, nach vier Jahren wird das ja auch irgendwann zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung, dass sie dich nicht attraktiv findet. Ne, da, 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 wird das irgendwann zu deiner Identität. Ja, ich kann ja eh nicht, ich darf ja eh nicht und so. Und dann wirst du noch nicht mal Avancen machen, ja. Ja, dann wirst du damit leben, dass da halt nichts mehr läuft. Und, ähm, da, da, da musst du halt ein bisschen, ähm, ja. Ja, jetzt steht hier im Chat, mach sie eifersüchtig. Finde ich halt auch perfide. Das Ding ist halt, das Ding ist halt, sie bietet ihm eine offene Ehe an. Ich glaube nicht, dass Eifersucht für sie ein großes Problem ist, ne. Kann auch ein Bluff sein von ihr, aber das glaube ich gar nicht. Also, mein, also, ich sehe das Böse in den Menschen, ja. Das Böse, was ich in ihr sehe, ist, sie hat eigentlich keine Lust mehr explizit auf ihn. Sie möchte mal einen anderen und sie sagt, äh, zu ihm. Und, äh, das ist auch der Grund, aus dem sie nicht mehr, äh, mit ihm halt nichts läuft. Und, äh, sie sagt ihm dann halt, unterbreitet ihm einen Vorschlag, der ihm ja helfen soll, eine offene Ehe, was ja für beide gilt. Da stand ja nichts davon, dass sie das nicht in Anspruch nehmen möchte oder so. Also, ja, ich sehe eigentlich immer das Gute in den Menschen, aber in diesem Fall würde ich auch sagen, Digga, äh, also, da ist irgendwas fishy und das musst du unbedingt in Erfahrung bringen. Und das geht halt nur darüber, dass man mit ihr redet. Ja, 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 ja. Genau. Es ist oft so leicht. Das muss uns reichen. Ja, 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 Untertitelung des ZDF, 2020